Hi Leute, wie geht's und Willkommen zu einem neuen Video bei ATC.TV. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und in diesem Video möchte ich meine Reihe rund um die Bewerbung fortsetzen. Im letzten Video ging es ja darum, welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, um euch als Fluglose zu bewerben. Jetzt geht es weiter mit wie, wann und wo reiche ich meine Bewerbung ein und dann auch schon mit den Details zum ersten Online-Test, den ihr absolvieren müsst. Ihr könnt euch das ganze Jahr über auf der Website www.karriere.dfs.de bewerben, denn die DFS führt das ganze Jahr hinweg Ausserwalttests in Hamburg durch. Das heißt, ihr habt keine bestimmte Frist, an die ihr euch halten müsst. Sobald ihr einmal auf der Karriere-Website der DFS wart, werdet ihr aufgefordert, ein Karriere-Profil anzulegen. Das ist ein Portal, in dem euer gesamter Bewerbungsablauf abgewickelt wird. Das heißt, vom ersten Schritt der Bewerbung bis hin zum letzten Termin für das Interview in Hamburg. Das ist echt ganz praktisch, weil man hat seine gesamten Termine untereinander aufgelistet und kommt so nie durcheinander und auch Sachen, die noch nachgereicht werden müssen, gegebenenfalls werden dort übersichtlich aufgelistet. Habt ihr euch also in dem Karriere-Portal registriert, dann müsst ihr auswählen, auf welche Stelle ihr euch bei der DFS bewerben wollt. Es gibt ja verschiedene Sachen, IT-Studiengänge, duale Studiengänge und eben die Ausbildung zum Fluglosen. Wenn ihr das in dem Reiter ausgewählt habt, dann wird ein Fenster geöffnet, in dem ihr eure Bewerbung dann einreicht. Dazu zählt wohlgemerkt alles in PDF-Format, ein tabellarischer Lebenslauf, ein Anschreiben, sowie das Abiturzeugnis bzw. ein Studiennachweis über euer mindestens Bachelorstudium. Was viele von euch gefragt haben, ist, ob man sich bei der Bewerbung aussuchen kann, ob man sich auf einen Tower bzw. Centerplatz als Fluglose bewirbt. Hierauf hat man keinen Einfluss. Die DFS teilt das Ganze, wenn man das Auswahlverfahren erfolgreich bestanden hat, nach Bedarf ein. Je nachdem, wo am meisten Leute gebraucht werden. Zu dem Zeitpunkt werdet ihr dann einen Kurs dementsprechend belegen. In diesem Sinne kann ich vielleicht mal nebenbei kurz erläutern, wie ich persönlich darauf gekommen bin, mich als Fluglose zu bewerben. Schon seit ich klein bin, habe ich mich für die Luftfahrt interessiert, aber aufgrund der wirtschaftlichen Lage momentan auf dem Markt für Piloten, habe ich eben nach Alternativen gesucht und bereits vor dem Abi konnte ich dann feststellen, dass Fluglotse nicht nur eine Alternative für mich wäre, sondern genau das, was ich suche, genau der Plan A. Dann habe ich mich weiter erkundigt, weil wenn man sich für Luftfahrt interessiert, dann stößt man einfach irgendwann auf den Beruf und konnte dann letztendlich die Webseite der DFS auffinden. Dort habe ich mich dann eingelesen, habe im Fluglosenforum einige Sachen nachgeschlagen und mich dann prompt einfach mal beworben. Das Auswahlverfahren kostet nämlich kein Geld, ihr bezahlt nichts dafür, das wird alles übernommen. Und daher dachte ich, einfach mal auf gut Glück versuchen. Jetzt aber weiter im Text. Nachdem ihr im Karriereportal eure Bewerbung eingereicht habt, bekommt ihr per E-Mail einen Zugangscode zugesendet zum ersten Online-Test. Das ist ein Link, auf den ihr klickt, dort loggt ihr euch dann ein und dann habt ihr einen gewissen Zeitraum, ich glaube es sind 60 Minuten, um eine bestimmte Anzahl an Fragen zu beantworten, etwas über 100. Die Fragen zielen nicht darauf ab, euer Wissen zu testen oder bereits irgendwelche Eigenschaften, die ihr mitbringen solltet, sondern es ist ein biografischer Fragebogen und ich möchte euch ein, zwei Beispiele geben, wie solche Aufgaben aussehen könnten. Zum Beispiel wäre eine Frage, ob ihr, wenn eine Maschine gebaut wird, lieber ein Bauarbeiter dabei sein wollt. Wollt ihr das Projekt planen, wollt ihr das Projekt beaufsichtigen oder wollt ihr das Produkt hinterher vermarkten? Und so ziehen sich diese Fragen dann durch den gesamten Test und außerdem gibt es viele Fragen einfach zu eurer Person. Habt ihr Sport gemacht? Habt ihr Haustiere? Mit wem wohnt ihr zusammen? Damit die DFS euch einfach ein bisschen persönlicher kennenlernt. Da der Test kein Wissen abfragt, sind die Erfolgsaussichten hier tatsächlich sehr gut. Dementsprechend bekommt ihr nach circa zwei Wochen eine E-Mail, ob ihr den Online-Test erfolgreich bestanden habt. Wenn ja, dann werden im Karriereportal, wo ihr auch eure Bewerbung eingereicht habt, Terminvorschläge gemacht und von denen könnt ihr euch dann aussuchen, um das erste Mal nach Hamburg zu fahren, zur sogenannten Voruntersuchung. Was genau Sinn und Zweck der Voruntersuchung ist und wie das Ganze abläuft, das erfahrt ihr im nächsten Video, aber jetzt kommt abschließend noch, wie versprochen, das Fluglotsen-ABC. Und heute ist der Buchstabe C an der Reihe. Für C habe ich mir, na klar, das Wort Center ausgesucht. Weil viele wissen gar nicht genau, wenn sie sich für die Flugfahrt interessieren, was eigentlich ein Center ist. Viele kennen nur den Tower an den großen internationalen Verkehrsflughäfen und deshalb habe ich mir dann das Wort eben so ausgesucht. Und zwar ist das Center die sogenannte An- und Abflugkontrolle sowie die Streckenkontrolle der Flughäfen. Das heißt, ca. 5 Minuten nach dem Abheben bis 5 Minuten vor der Landung kontrollieren diese sogenannten Center über Radarbildschirme den Luftverkehr und geben Anweisungen an die Piloten, um auf deren gewünschte Reiseflughöhe zu steigen und konfliktfrei ans Ziel zu kommen. Außerdem lotsen die DFS-Arbeiter im Center die Flugzeuge auf den finalen Anflugweg, ab wo dann wieder der Tower übernimmt. Ca. 80% aller Fluglotsen sind in einem Center tätig. Diese gibt es für den unteren Luftraum, d.h. bis zu einer Höhe von ungefähr 7.000 m, in München, Langen und Bremen. Und für den oberen Luftraum, also ab 7.000 m und alles drüber, in Karlsruhe. Das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, im Link könnt ihr die Bewerbungsseite der DFS aufrufen. Und im nächsten Video geht es dann um die Voruntersuchung in Hamburg. Ich freue mich. Bis dahin, haltet die Ohren steif!